Jetzt muss er auch gucken. Ey eingedrungen? Wie eingedrungen? Wie eingedrungen? Wer hat das gesagt? Bei mir sind welche eingedrungen. Ja da musst du aufpassen. Was? Wo kriege ich denn Hits? Hier alter. Haben sie sich versteckt irgendwo. Ey das kann doch gar nicht sein. Nee. Ach scheiße. Ich wollte gerade mich verbinden. Da kam der Idiot rein. Ach man. Schöner Loot alter. Schöner Loot. Leck mich doch am Arsch. Ey was? Doch ich hab ihn noch umgenietet. Tot. Ich auf. Mit meinem Looten alter was das Dach ist. Scheiße. Scheiße ist das. Komm hier unsere nächste. Undock Station. Hier. Dock 4. Da. Da kommt welcher. Ich geh ein. Ist down. Sehr gut. Ey komm wir klauen den sein Schiff. Ja das bringt uns ja nix. Warum nicht? Ja was nicht. Na nimm die Karte und machs zu. Achso. Ja gut. Bring uns nichts. Stimmt. Du hast recht. Voll reutig den armen Kerl abgemurkst. Alter. Ja. Voll reutig. Naja das ist ein legitimer Spielzug. Was willst du machen? Scheiße. Ich hab meinen Schneidbrenner noch im Rucksack. Was ist das für ein Mist? Kann ich den ja hinschmeißen. Ja. Hä? Das ist doch noch der Karabiner. Den hab ich doch verkauft. Hallo Welt. Hä? Hä? Was ist das für ein Dreck? Und die hab ich. Boah. Was ist denn das? Ich hab den Karabiner doch verkauft. Den wollte ich gar nicht. Weil der scheiße ist. Ihr habt's ja grad gesehen. Schießt irgendwie sehr eigenartig. So. Das ist irgendjemandig. Tja. Is was war denn die committing an Tomingle voris stomroton? Champions League zurück hin oh hat eine kapitänskarte dabei gehabt ich bin zwar vom platz her eingepasst konnte ich aber nicht mitnehmen schönes ding danke mein bester und dann hatte ich einen großen oh sehr nice geil dann hatte ich einen ganz großen rucksack kommandorucksack oder so ähnlich hieß das teil da ging ging dem body armo rein ich dachte die knüppel haben die immer hier in der mitte im nahkampf angriff ich bin die 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 Wahrscheinlich auch bloß so ein armer, hirnloser. Die armen Gefängnisinsassen, sie haben echt nur eine Keule und wollen dir damit auf den Schädel hauen. Gibt es hier irgendwie Loots? Ne, der hat keine Keule. Oh, das war auch kein Insasser. Das war's. Okay. 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 Vielen Dank. Ich weiß nicht, was sollen die Zipfelmütze da oben? Das weiße, das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was soll die Zipfelmütze da oben sehen. Frau Wandlipus, grüße, herzlich willkommen. Das hört sich so an, als würden die hier jeden Moment um die Ecke kommen. Ich weiß nicht, was soll die Zipfelmütze da oben sehen. Alter, machen die einen Lärm. Offensichtlich nicht so einfacher Schaden. Achso, das gleiche wie schwarzer Arm im Tarkov. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Geil. Ich dachte schon, wir müssten schließen wegen Munitionsknappheit. Das Dumme ist, also hier habe ich halt nichts zu tun, questtechnisch. Scheiße, ich habe mir nicht gemerkt, wie ich zu meinem Schiff komme. Anx Absentes Hauptraschhaus. Anx Republic. Anx Republic. Anx Republic. Anx Republic. So. Hey. Euch anx Republic. Mann, Liebos, wie geht es dir eigentlich? Die Zeit ohne mich gut überstanden. Bin ich hier durchgelaufen? Also, ja, wir waren in der Bibliothek, ja. Unkraut vergeht nicht, du sagst es. Den haben wir schon geschröpft. Alter, was für ein Riesenkoffer. Optional bösen Menschen geht es immer gut. Ey, wir sind aber nicht böse. Und du auch nicht. Du hast manchmal bloß... ...so eine leichte Ader, aber das ist... ...irgendlich auch witzig. Das ist nicht wirklich böse. Weißt du, wie man hier die Stacks wieder auseinandernimmt? Bin ich hier lang gelaufen vorhin? Boah, jetzt geht die Sucherei nach meinem Schiff wieder los. Ich glaube, hier sind wir richtig. Na ja, ein bisschen Zeugs rausgeschleift. XP mitgenommen. Hey, Stufe 16, geil. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.